Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Düsseldorf mit dem Thema, wie funktionieren Alarmanlagen? Herzlich willkommen bei Alarmexperte mit unserem Experten Marco. Grüß dich Marco. Hallo Christoph, hallo da draußen. Wir haben heute eine ganz wichtige, grundlegende Frage bekommen, wie funktionieren Alarmanlagen? Kannst du uns das in einfachen, kurzen Worten erklären? Ja, also jetzt eine ganze Alarmanlage in kompletter Funktion zu erklären, würde den Umfang ein bisschen überschreiten. Ich würde ein kleines Beispiel nennen, würde dazu hier den Fenstertürkontakt erklären. Da ist jede Alarmanlage gleich. Wir haben einen Kontakt mit einer Platine, wo ein Sender und Empfänger drin ist. Da ist es auch egal, ob es eine kabelgebundene oder eine Funk-Alarmanlage ist, denn über welchen Weg, entweder über den Kabelweg oder den Funkweg, sendet der Kontakt immer zur Zentrale. Also wir haben die Ausgangssituation, dass dieser Kontakt geschlossen ist. Das bedeutet, wir haben diesen gleichen Status, auch in der Alarmanlage. Dort wird mir dann angezeigt, dass das Fenster oder die Tür in dem Fall geschlossen ist. Wenn die Alarmanlage jetzt angeschalten wird, beispielsweise, oder sie auch ausgeschalten ist, und ich öffne den Kontakt, wird natürlich der Status von dem Sender an die Alarmanlage übertragen, mit das Fenster oder die Tür wurde geöffnet. Okay. Das bedeutet, ist die Alarmanlage eingeschaltet, der Melder wird geöffnet, gibt es automatischen Alarm. Wenn die Alarmanlage ausgeschaltet ist, gibt es eben nur das Status-Update, Fenster in der Küche beispielsweise, wurde eben geöffnet. Okay, das heißt, man kann sagen, erstmal wird geguckt, sind die Alarmer alle geschlossen, sind die Alarmenkreise erstmal zu. Richtig. Wenn die Alarmanlage scharf ist und ein Kontakt hat ein meldewürdiges Ereignis, dann gibt es ein Signal an die Zentrale. Und von daher, sofern die Alarmanlage auch aufgeschaltet ist, auf eine Leitstelle dann eben einen weitergehenden Notruf quasi, der abgesetzt wird von der Zentrale. Genau, richtig. Okay. Also im Prinzip sehr, sehr einfach, aber dennoch sehr wirkungsvoll. Genau so sieht es aus. Alles klar. Danke, Marco. Sehr gerne. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung.